Die U-Pute sind endlich besorgt und jetzt machen wir uns auf das... Die U-Pute? Was ist das denn? Die U-Pute. U-Pute oder nicht? U-Pute. Was lachst du denn schon wieder so? Wie heißt das nochmal? Wie heißt das Curry? Die U-Pute. Die U-Pute? Die U-Pute? Die U-Pute. Okay, bitte ruhig. Lass doch mal. Jetzt fangen wir mal an, bitte ruhig. Was? Nein, denn der Patrick hat gesagt, wir suchen heute ein Flugzeug. Der See ist voll schmutzig. Das ist ein abgestürztes Wrack. Bei dem Affel. Keine Ahnung, wo das ist. Ey, was? Boah, der war gemein, oder? Also das U-Boot hatten wir ja schon mal gefunden. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die UFO-Folge. Das UFO meine ich, das wir gefunden haben. Aber der Patrick meinte, da gibt's noch was anderes hier. Und dabei ist natürlich der Benni, der Dennis, der Currywurst. Hallo. Und der Peyset, der Sauermschlüssel. Und ich natürlich hier auch mit. Ich muss aber ganz kurz was sagen. Ich hab gerade einen MH370-Witz gemacht, weil das natürlich auch verschollen war. Das tut mir natürlich leid. Da macht man eigentlich keine Witze duper. Also Dennis, ne? Patrick, ist das denn jetzt ein Flugzeugwrack oder ein Piratenschiff, ein altes oder was? Ne, das ist ein Flugzeugwrack. Ah, ein Flugzeugwrack. Alles klar. Deswegen hab ich ja den bösen Witz gemacht. Ah. Wir fahren einfach mal in die Richtung, also das ist einfach geradeaus da hinten irgendwo. Weil ich fühle mich recht schmutzig, wenn du solche Witze machst. Ist das da am Ende, ja? Ja, ja, genau. Also der Witz war wirklich scheiße. Also Challenge-Vorbereitung hatten wir in der letzten Folge. Ja, ist jetzt gut. Ne, ich hab voll das schlechte Gewissen gemacht. Wie viele sind wir denn jetzt? Also jeder hat jetzt eins? Ja. Aber letzte Folge sich noch über meine Witze anbeschweren, weißt du? Dennis, ey. Dennis. Ja, okay, der Behindertenwitz ist viel schlimmer gewesen als den Witz. Ich hab nicht mal einen Behindertenwitz gemacht, das ist lustig. Nicht? Ich hab gesagt, weil ihr hier keine Beine mehr habt, weil ihr die ganze Zeit so sitzen müsst beim Arbeiten wegen der Playmessive, hab ich gesagt, genau, ich hol mir einen Elektrobot, genau, ich hol dich einen Elektrorollstuhl. Das hat ja nichts damit zu tun. Aber stell mal vor, wie bist du das? Das hast du ja wieder draus gemacht. Ja, als würde man das irgendwie ernst nehmen können, mal ganz ehrlich. Meinst du, ganz ehrlich? Wem fahr ich eigentlich hinterher gerade? Ich weiß es nicht. Meinst du, ganz ehrlich? Wir sind das, wir bleiben da grad stehen. Oder fällt ganz unten am Grund? Ich vielleicht? Also ich bin oben. Na, okay, dann fahr ich dir lieber nicht hinterher, wenn das der Benni ist. Du willst uns einen Elektrorollstuhl holen, lieber so einen Rollstuhl, den man selber anschieben müsste. Nee, das ist natürlich, wie da hab ich ja auch schon gesagt, darüber können auch manche Leute lachen, die in so einem sitzen. Ja. Und für die es mir natürlich leid tut, ohne Frage. Ich hab ja auch, wie gesagt, in einer Behindertenwerkstatt gearbeitet, mal ein Jahr lang und viele kennengelernt. Und auch mit vielen Späße gemacht. Aber da gibt es viele solche Werkstätten, ne? Und was heißt denn Behindertenwerkstatt? Was machen die Leute denn da? Also in einer Behindertenwerkstatt, da werden vor allem Materialien produziert, zum Beispiel machen die dann irgendwelche Filter, setzen die auf oder so für fort oder sowas. So halt einfache Arbeiten. Ähm, ich war allerdings nicht nur in dieser Werkstatt, sondern auch, hab auch den Kiosk zwischenzeitlich gemacht, da. Und war auch im Förderbereich vor allem extrem lange. Also wo die ganzen, wo du wirklich auch wickeln musst und so. Hab ich alles durchgezogen, ey. Ich hatte glücklicherweise halt ziemlich, ziemlich junge, äh, äh, Behinderte da am Start. Sodass es halt eher war wie, als würde man ein Kind wickeln. Weil die waren auch sehr klein. Manche auch Mongoloid. Sagt man nicht Down-Syndrom, ja? Ja, ist schon krass. Und diesen halt, diesen halt, da hab ich auch welche echt lieb gewonnen. Den Georg, den Jens und so. Waren ein paar richtig coole Leute dabei. Und bei mir waren halt aber die Fälle, die wirklich auch wirklich richtig, richtig schwerbehindert waren. Also größtenteils, manche wussten auch schon gar nicht, konnten nicht mehr mit reden mit dir und so. Ja, das ist ja, das ist ja so ein, so ein Thema, äh, was viele Leute immer beschäftigt, kann man ja mal sagen. Ähm, wenn man so vorher weiß, ne, äh, man hat ein behindertes Kind irgendwie, bringt man auch die Welt. Ob man dann abtreiben soll oder ob man es behalten soll, ne. Und da sind ja viele Leute immer so zugespalten, weißt du. Ja, es ist natürlich schwer, ey. Ganz ehrlich, es erfordert ein Leben voller Arbeit. Aber irgendwie, äh, so wie ich die Behinderten kennengelernt hab, viele davon. Wenn ich jetzt so ein Kind mit Down-Syndrom hab und das hat, kann ein gutes Leben haben, finde ich das völlig in Ordnung, das zu kriegen. Also dann finde ich es eher schade, wenn jemand sagt, nee, da treibe ich, weil dann darf man ja, glaube ich, auch nach drei Monaten noch abtreiben. Ähm, ja. Ja, aber das kann auch ein sehr lebensfroher Mensch werden, also auf jeden Fall. Ja. Und da gibt es einen in den USA, das hab ich dir schon mal erzählt, ich weiß nicht, wo das ist. Ähm, der hat so einen Kaffee aufgemacht, ne. Und immer die Leute, die halt reinkommen, umarmt der dann so, weißt du. Egal, wer das ist. Und da finde ich auch schon krass so, wenn du Down-Syndrom hast, dass du dann so eigentlich ständig trotzdem den Kaffee aufmachen kannst, mit Mitarbeitern und alles. Ja, aber es gibt welche, die sind total dabei und haben ein ganz leicht ausgeprägtes Down-Syndrom, dann gibt es ganz schwere Fälle. Ähm, das Ding ist aber, äh, zum Beispiel, gibt es auch welche halt, die sind richtig aggro, hast du leider auch. So, und dann hatten wir auch welche, da war einer, der war richtig übel, der hat die ganze Zeit blonde Frauen angegriffen. Blonde Frauen? Ja, weiß ich auch nicht, was in seiner Lebenshistorie passiert ist, aber dem musste ich teilweise mit so richtig zum Boden. Da gab es so eine Ausbildung, wie du wieder zum Boden, wenn du im Notfallweg zum Boden reisen musst und so. Ja, aber was heißt denn angreifen? Ja, richtig gepackt und, und so, so, geworfen und sowas alles. Was? Vielleicht hat der mal was Schlimmes mit einer blonden Frau erlebt, ich weiß es nicht, der konnte auch nicht reden. Habt ihr gerade auch so grün? Sag mal, wem folge ich hier eigentlich, dem PZ? Ja, ich such gerade, also es muss hier irgendwo sein. Ja, ne, aber man kann ja zum Abschluss mal sagen, es ist wirklich ein krasses Thema und, äh. Ja, ich könnte ja auch mal in die Community gefragt, was in eurer Erfahrung mit Behinderten. Also ganz ehrlich, ich bin an das Thema gar nicht so rangekommen, wo ich nicht, äh, wenn ich nicht den Ziel wieder gemachte. Und es war eine super Lebenserfahrung, die ich nicht missen wollte, ganz ehrlich. Ja, ja, und man kann ja echt froh sein, dass es Leute gibt, die sich das auch zur Aufgabe machen, solchen Dingen. Den Leuten wirklich zu helfen, ne. Ja, ja. Die sind teilweise auch... Aber das sind auch ein paar echt gute Betreuer gewesen, ein paar auch nicht so gute. Muss ich ehrlich gesagt sagen. Ja, ja, sicher. Ich hab mich auch angelegt mit jemandem, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, bei Lehrern leider auch so, muss man sagen. Ja, nur durfte ich mich in dieser Phase zum Glück mal anlegen und hab mich direkt dann drauf bekommen, wie in der Schule, wenn du dich angelegt hast mit dem Lehrer. Ja, das stimmt. Wer es dich dann voll auf dem Kicker hatte. Ja, aber das ist ja nicht nur, weißt du, Erzieher und so und generell so Altenflieger und so sind alles so harte Jobs, die von den Leuten immer so, ich weiß nicht, total unterschätzt werden, weil ich finde so... Super. Ja, so ein Erzieher, weißt du, der verdient eigentlich gar nicht so viel Geld. Auch Rettungs... Die verdienen alle viel zu weniger, ja. So die Leute, die Rettungswagen fahren, Alter. Rettungsanitäter. Ja, das Rettungswagen fahren, sind ja tatsächlich auch Zivis, ne, diese Rettungsanitäter. Teilweise, aber nicht die richtigen Rettungswagen. Nee, das fahren keine Zivis. Eher so Busse, wo die die Behinderten nach Hause fahren. Ja, also so Malteser und sowas gibt es ja. Ja, genau, aber das hätte ich auch machen können. Die werden tatsächlich von den Zivis gefahren. Ja, aber das sind keine Rettungs... Die werden dich jetzt nicht, wenn du ein abgerissenes Bein hast, ins Krankenhaus fahren. Nee, nee, nee. Sondern vielleicht so, keine Ahnung, von alten Heimen zu, keine Ahnung, zu untersuchen. Sagen wir mal, PayZ weiß noch, wo es lang geht, oder? Äh, die Frage ist natürlich... Ey, der PayZ... Die Frage ist natürlich, ob es das Flugzeug auch in GTA Online gibt. Ja, das ist... Oh nein. Ey, Patrick, wenn wir die ganze... Aber guck mal, der Propeller wird manchmal in grün, ne? Hab das auch so grüner... Warum? Ich hab's ja im Singleplayer schon gefunden, aber... Eigentlich ist es ja die gleiche Welt hier. Aber... Oh nein. Das wäre der Oberhammer. Also... Es täte mir natürlich unglaublich leid, aber... Ja, auf jeden Fall eine Mega-Challenge für, ähm, nichts. Ja, ich kann mir nicht vorstellen eigentlich, dass es hier nicht ist, aber... Ja, aber eigentlich hast du recht, eigentlich gibt es die Sachen im Normalfall auch in der Online-Welt. Warum sollte es das nicht hier geben? Aber anscheinend hast du die Stelle irgendwie falsch, oder? Naja, wir sind ja eigentlich... Also ich bin den ganzen Grund eben entlang gefahren schon ein bisschen. Und so tief ist das auch gar nicht hier. Ja, ich bin auch fast alles abgefahren. Scheiße. Ich glaub, das hat sich dann natürlich... Weißt du, die ganzen U-Boote hier rübergebracht und so und... Ja, aber es ist doch schön hier, oder? So in der Gruppe mal mit dem U-Bo rumzufahren. Der Patrick. Der Patrick. Oh nein. Weißt du, PlayNation-Redakteur, sagt halt immer nicht so laut, ey. Was? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was du für Leute einstellst, Dennis. Ja, echt, ey. Das ist sehr geil. Den hab ich am Bahnhof in Köln gefunden, weißt du. Was hast du denn da gemacht? Hä? Nix. Ja, wir haben nach neuen Mitarbeitern gesucht und du warst... Zu haben. Du warst da. Ja, mach dir nix raus, Patrick. Die Community wird dich dafür haten. Manche... Ja, das ist kein Problem. Aber die wenigsten. Die meisten sind nett und sagen, mach dir nix raus, Patrick. Passiert. Ja, aber 99% der Zuschauer sagt, wie langweilig, scheiße, Patrick, raus aus dem Let's Play, Diabo, Serasa, Geldgeist. Die kann ja gar nix. Ja, 99% sagt das. 1% sagt vielleicht, ja, kein Problem. Die bereiten da zwei Folgen vor, die Challenge wurde ewig versprochen. Zehntausendmal wurde wahrscheinlich in die Kommentare geschrieben, das Flugzeug gibt's da gar nicht, Leute. Wir könnten die Stromstellen auf ihn unterfallen. Wir haben jetzt vier Folgen aufgenommen. Und wer jetzt wirklich Mitleid mit uns hat, ne? Mit mir? Ne, mit uns, weil wir ja mit dir spielen müssen, der sagt dann... Scherz, Patrick. Der sagt dann natürlich, kriegst ein Like auf das Video, sharen, teilen, abonnieren, favorisieren, liken und so weiter, ne? Kennst du ja. Warum ist das grad so peinlich einfach? Eigentlich müsste man mal per set auf den Kanal gehen und sich da beschweren. Bei uns ist es ja nicht so. Gib denen alle mal ein Dislike nicht. Ja, fällt ja nicht mehr ins Gewicht, ne, Patrick. Nein, nein, das wäre passiert dann. Danke. Okay. Nein, ey, jetzt muss ich mal echt was sagen. Die Leute denken immer, ich hasse den Patrick oder so. Ich mache nur mal Spaß. Das stimmt, das stimmt. Ne, ohne Scheiße. Ich kenne den Patrick jetzt auch schon seit zwei, drei Jahren oder so hat, ne? Und er arbeitet ja auch schon ewig bei uns bei Play Nation und so. Wir sind alle so gute Freunde geworden, kann man ja echt sagen. Und da machen wir halt immer so Scherze. Das ist ja normal, wenn man so unterkumpelt. Was ich liebe, das neckt sich, ne? Ja, ihr müsst ihr mal hören, was der Sarraza alles sagt, wenn die Kameras aussehen. Atme nicht, guck mich nicht an. Genau. Wieder wieder Geschichten hier erfinden, ist der Traum. Also ich fahre jetzt die Stromschnellen runter, sonst ist das ja zu gut. Ich will mit. Ja, ne? Ja, ganz ehrlich. Also das tut mir echt leid, liebe Zuschauer. Das ist der Patrick natürlich alles schön. Ja, es tut mir auch unglaublich leid. Alter, ich habe aufgesetzt. Mit dem U-Boot. Ich werde mich jetzt gleich auch nicht weinen. Ich darf nicht weinen, aber... Okay, das funktioniert auch nicht. Das ist natürlich die Mega-Folge. Ja, aber das gehört dazu, Alter. Ohne Scheiß. Ja, egal. Passiert, ey. Mach du dir jetzt mal nichts draus. Das kann man denn mit 5 U-Booten sonst noch machen. Sorry, aber 200 GTA-Folgen und wenn dann eine Folge scheiße ist, sag ich dir ganz ehrlich, dann... In die Luft jagen. Also eine Folge ist leider nicht scheiße. Es gab so 10, die waren nicht so geil. Ja, von 200 ist aber gute Quoten, ne? Haben wir ganz gut gemacht, finde ich. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen... Ich muss jetzt leider das U-Boot in die Luft jagen, oder? Kann das nicht sein. Kann da mal wer anschieben? Ja, ich komme. Moment, ich komme auch gerade. Ey Curry! Hallo! Aber nochmal, also das ist wirklich... Oh! Seltsam, dass es das hier nicht gibt. Ja, Patrick, jetzt... Also es... Es gibt das... Scheiße! Nein! Oh Mann. Curryiii! Schieb mich an, schieb mich an, Eichi. Ja, 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 geil, geil. Jetzt hängen wir hier beide. Benni! Nee, du hängst da nicht. Benni! Guck mal hier, ich häng hier hinter dir. Ja, aber wie soll ich dir denn helfen? Das weiß ich ja nicht, ich kann ja nicht mein Flugzeug finden. Ich glaube, wir haben eine Mission, wir müssen die befreien. Moment, ich tritt mal gegen, ja? Ja, das wird nix. Glaub ich. Benni, gibt es eigentlich von euch so, ne, ihr habt ja so viele Lieder schon gemacht. Gibt es ein Lied, wo du sagen würdest... ...das Lied findest du nicht so gut? Äh... Ja... Jetzt ist es frei. Da waren zwischendurch vielleicht mal Sachen bei, wo man nicht ganz so viel Zeit hatte. Ähm... Wo man jetzt auch hinterher sagt, ja, da hätte man noch mehr rausholen können. Ja. Aber so komplett scheiße, nö. Tritt doch mal bitte gegen, ja? Oh, jetzt bin ich gegen dieses blöde Rennen gelaufen. Nein, ich weiß nicht. Der Maker Song, der war ja wirklich... Das ist cool, ja. Alle, tritt doch mal gegen das U-Boot hier. Oh, nervt das gerade. Ich komm grad da hingefallen. Komm mir immer wieder in den Job rein. Was cool ist, kann man ja mal sagen... Ja, warte ich probier's. Die Musik von Benni und so kann man immer für seine YouTube-Videos benutzen. Mhm. Sehr gerne. Von den Alchemisten, genau. Ja, ja. Circle of Alchemist. Circle of Alchemy. Nein. Ja, das ist der Auto mal voll Stellung. Ob die auch für Games kommen, aber es ist bei LPT, XSL. Ey geil, komm, wir machen U-Boot surfen, Alter. Ist doch auch nice. Okay, probieren wir. Moment, ich komm auch frei, ich komm frei. Ey, das geht voll geil. Wie nice ist das denn? Ah, haben wir glücklicherweise doch noch ne neue Challenge. U-Boot surfen. Yeah. Oh oh. Wellen. Geht schon, Alter, geht schon. U-Boot surfen. Du bist wie ein Geiler noch am Stehenfall. Ja, ich bin wieder frei. Bist zu tief. Oh, ich häng schon wieder. Ich komm wieder. Ich bin drauf. Muss das um diese Uhrzeit wirklich noch sein? Fertig pet pet pet. Nein, nein. Mist. Du musst stehen bleiben, Benni. Irgendwie. Was macht ihr da? Ja, super. Super, ich stehe. Steh drauf. Bin drauf. Okay, weiter geht's mit U-Boot surfen. Ach was ist das denn jetzt? Duaa at to do 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 do. Alte von mir… Das sieht von wem sog lustig aus, weil der Sarajazar… Das sieht so aus, alsab du über Wasser schwebst. Alte so, oooooo. Maler, kann ja über Wasser gehen. Jesus, per U-Boot surfen. Der Sonne entgegen Und da hinten kommt man wirklich nicht lang Ne, ich glaube nicht Ach komm, und Wille ist das auch ein Weg Ja, okay Und Walle ist das auch ein Weg Patrick Ihr braucht noch ein U-Boot zum Surfen Ja, hier, ich, hinter euch Ich bin noch sofort hinter euch Boah, das ist voll geil, Alter, an dem U-Boot surfen Dann machen wir ein Wettrennen Ich wusste gar nicht, dass es geht Ja, wo seid ihr denn alle? Ja, welchen wir beim U-Boot surfen Das sieht jetzt gerade klasse aus Da war echt nur noch dein Oberkörper Ach, das war wieder zu tief War wieder eine Welle Komm mal Benni Oh, nein Blau mal, wir echt zu mit so einem Mini-U-Boot fahren Wobei, ich hätte da bestimmt voll die Platzangst werden So Titanic War schon geil, so ein Mini-U-Boot Ja, aber guck mal, ey, das ist so eng und alles Wo sind die anderen? Wo ist der Curry? So sieht man mehr nach Surfen aus Ja Das sieht so klasse aus Alter Oh, sorry, Daniel Ich hab dir die Vorfahrt genommen Bin nicht gewöhnt von dir, Patrick, weißt du? Dass ich dir die Vorfahrt nehme Welle Das ist die perfekte Welle Warte, was machst du da, Alter? Ich mach U-Boot-Surfing, siehst du doch Wovon reden wir denn die ganze Zeit? Achso, nee, das war gerade Du hast verwechselt Kann ich bei dir auch mal surfen? Ja, komm Boah, voll in die Kurve noch rein Ja, komm Gar kein Problem, man kann voll gut auf diesem U-Boot stehen Wie halte ich das da bei oben? Mit X Geigen Sie auf Junger Padawan Junge Ganz an der Spitze Junger Jedi Ja, will du mir was von Star Wars erzählen? Oh Nein Boah, das ruckelte gerade voll Den Sohn des Skywalkers Nein Oh Skywalk erinnert mich an was anderes Ist immer ein Insider Nix, nix Sag nochmal, komm, so ein Mann Sag nochmal Nee, nee Sag nochmal, komm Nee, geht dich nix an Komm, Sarazawa, was? Geht dich nix an Komm raus, komm Mach dich bereit Mach raus Lug, ich bin dein Vater Juhu, so, lass mal ein Wettrennen machen Lug, ich bin dein Vater, sagt er Was ist denn euer Lieblings-Star Wars-Charakter? Darth Vader Ja, eindeutig, ne? Ist ein cooler, auf jeden Fall Der Oberschurte eigentlich Wobei, ich fand, bei Episode 5 fand ich mal durch, dass er auf einmal eine andere Syncrow hatte, ne? Ich hab das Oh 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 Benni, was hast du getan? Okay, das war's Alter, was für eine Monsterwelle hier gerade Durch Naja Immerhin hat man das U-Boot-Surfing gesehen Sorry, dass die Challenge geklappt hat Bei der Monsterwelle der Vater vom Patrick ins Wasser gesprungen 2 Cent abwegt, ja? Äh, nein Warte mal, wer ist denn das? Das Ding kenn ich doch Guck mal hier Das Ding, das ist die Mutter vom Dennis Weißt du, wie der Scheiße Ey, wenn du in der Waffe eine Hand hast, ist das unmöglich, dich zu killen, Alter Eigentlich müssten wir mal alle wieder einen Faustkampf machen Auf dem U-Boot Komm, Walle, ohne Waffe, komm, ohne Waffe, sein Mann Pack die Walle, ohne Waffe, komm Sein Mann, sein Mann, komm Okay, jetzt Ja, jetzt sagt er so, weißt du Pack die Waffe weg, komm Warte Der Curry ist so ruhig, der ist wahrscheinlich schon eingepennt Ja, der will wieder einigen Curry Ja, schon lange No Curry, no Cry Hahaha Hey Dann machen wir mal Schluss hier Warte Na noch, komm, ein bisschen ultimativ ist mein Socken Nein Noch ein bisschen Nein Habt ihr immer noch nicht genug Ach, fuck doch die weg Was? Fuck doch die weg Fuck doch die weg Ihr habt euch da wieder in was reingesteigert Ja, haben wir auch, gebe ich zu Scheiße, die Challenge Ich glaube die Rasse aus Oh, jetzt habe ich Sterne Das will ich nicht Verdientermaßen Ich bin ja nie so einem, dass ich was Schlechtes gönne und so Ne, aber Der Patrick In dem Moment muss ich schon sagen Was, nein Ja, wir sind ja nicht bei TTT, okay Es tut mir leid Gleich wird es mir noch viel mehr leid tun Ich glaube übrigens, letztens haben wir ja darüber gesprochen Über Lester und so, über Andrea Berg und so Ja, ja Und dann habe ich, war ich im Urlaub, hatte so Fernseher abends noch geguckt Und dann war da so ein Konzert von Andrea Berg, ne Und da hast du verliebt dann plötzlich Ne, aber sorry, Alter Aber die Frau sieht so männlich teilweise aus, ne Das kannst du ruhig mal sagen Weil das war einfach so scheiße Dann schläft die da so und sucht sich so Leute aus dem Publikum Und die kommt dann so auf die Bühne Und dann sagt die so Ja, lass die doch, da kann sie doch nichts für die anderen Ja, aber dann sagt die so Wer will mein Poseidon sein und so Und ich denke mir so, ey Was? Ich Ja, da hast du dich gemeldet und gedacht Mann, ich wäre jetzt gerne Andreas Berg's Poseidon Andreas Andreas Poseidon, so nenne ich, kenne ich nur Der griechischer Gott hier Meereshanni und so Ich wollte gerade fragen, so kenne ich eigentlich nur den Namen meines Glieds Kobra, Poseidon Dreizack Kobra, ja Weil die Geschlechtskrankheiten so giftig sind Der war gut, muss ich schon sagen Das ist eine gute Ausgabe Ne, ich wollte eigentlich fragen, ob der Optic Games kommt und helfen kann Ist man fragen, aber Ja, genau Das ist alles wieder vorbei Das ist alles wieder vorbei Ich habe dir den Penis bestimmt nicht getragen Vor allem, vor allem, Alter Ich hatte leider keinen, keinen Floh-Zirkus dabei Ey, was? Nein Meinst du den Floh von den Circles oder was? Floh-Zirkus, ja genau, Floh-Zirkus Geil eigentlich Oh Gott, ey Geil So seitwärts mitgenommen, das ist glaube ich der Trick 17 Warum sagt man eigentlich FF und Trick 17, das habe ich nie verstanden Weil kommt es Hm Gute Frage, Trick 17 sage ich sogar sehr häufig Ja, aber so kenne ich aus dem FF so, weißt du? Kenne ich aus dem FF Ja, aber warum denn FF? Warum nicht PP oder? Frag Ferdinand Ohhhh Wer würde mich da umregen, wer würde mich da umregen? Wer würde mich da umregen, wer würde mich gerade umregen, wer würde mich gerade umregen? hall Da kann man ja gerade ganz kurz erzählen, der Saraza hat gerade keine Uhr bei sich für die Aufnahme Bevor wir aufnehmen macht der folgendes Geräusch immer PIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEP Mach ich jetzt aber nur einen Moment weil ich keine Zeit aufschreiben kann Damit ich ungefähr weiß, ah dann beginnt die Folge weiß Weil wir zwischen den Folgen auch oft soviel Scheiße labern, die nie gesendet wird. Bitte auch nicht. Aber, aber, kann doch nicht dein Ernst sein. Boah, Alter, gar nicht. Ja, Benni, weißt du, ich wollte nie mit dir in den Krieg angefangen. Boah, der Felsirckel ist voll total. Nein, 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 nein. Benni, ich bin euer größter Fan von Circles, weißt du, ich hab jedes Album gekauft, jedes, äh... Jede Schaltplatte. ...die Wasteland oder wie das auch ist, alles gekauft, Benni. Und dann bist du so zu mir so, weißt du, ich hab euch finanziell unterstützt. Also du bist aber auch nicht immer der Netteste. Bin immer nett zu dir, hab ich jemals... Endlich spricht es mal einer aus. Benni, hab ich jemals... Sei du mal ruhig, du unterbelichtete... Benni, hab ich jemals... Guck, 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 guck! Was, was sagt der Chef dazu? Kann man das, das ist doch schon Mobbing, oder? Warte, ich frag mich mal eben selber. Ja, ich weiß nicht, ich halt mich da raus, was ihr macht. Ach, du sagst, was da auch noch da, hab ich vergessen. Weil ihr, ihr mobbt euch halt eh nur auf geringe Basis. Oh, den kenn ich. Darf ich denn den Dennis auch mobben, oder? Klar. Okay. Alles klar, dann hab ich jetzt... Versuch doch mal, versuch. Dann kannst du ihn auf jeden Fall zurück mobben, das ist auf jeden Fall fair. Ja, versuch doch mal, Patrick, versuch doch mal. Also das ist nur fair, Patrick, kann sein. Na, ich hab mir den gleich erstmal auf. Auf. Der eine Traut hat mich durchsiebt. Oh, boah, da bin ja Tricks drauf. Da kann ich nicht mitkommen. Wie du mir, so ich dir. Oh man. Wie ich alle grad wegsniper und weghole, Alter. Sorry, aber... Bin ich auch krass. Was ist denn das? Alter, der Curry. Der kleine Schlingel, ey. Das ist einer. Was, Curry? Ja. Bannekuchen. Was? Nein! Bannekuchen. Bannekuchen. Mam, hol uns den Bannen. Ich hab keine Muni mehr. Wir wollen mehr wollen Riefkuchen haben. Mua! Findet ihr eigentlich sächsischen Akzent? Alter! Das geht doch nicht schwer, ey. Sexy. So, wie heißt denn immer diese Sachsen-Paule, Alter? Natürlich. Oh, was ist los mit der Welt, ey? Wieso fängt der Dennis wieder Sachsen an zu beleidigen, weißt du? Was? Ja, aber guck mal. Nee, also ich muss... Also ich bin ja... Nee, ist auch ein lustiger Akzent, finde ich. Aber wenn dann so... Es ist so eine lustige Geschichte gewesen. Das hab ich im Fokus gelesen. Aber so eine Frau, die wollte nach Bordeaux fliegen, ne? Was? Bordeaux? Ja. Bordeaux? Wollte den Ring wegbringen. Und dann... Und dann ruft die so da an, bei dem Reisebüro und so und sagt so, hallo... Ey, bleib doch mal stehen grad im Auto, oder? Ich möchte gerne nach Bordeaux fliegen, ne? Nee, DZ, wir spielen TTT, Alter. DZ, du musst abhauen. So zütt ich dich nachher noch. Achso, achso. Okay, okay, okay. Warum hab ich jetzt Kops am Arsch? Hab doch nichts gemacht. War doch alles easy. Sorry, du wolltest die Story erzählen. Auf jeden Fall ist sie dann... Wollte sie Reisern trennen, die Reisern planen... Scheiße! Hat der Bordeaux gebucht, also dieses... Wo ist das Frankfurt? Frankfurt? Bordeaux in Frankreich. Ja, Frankreich. In die Frankreich. Frankreich. Bordeaux in Frankfurt. Ja, weißt du denn mal auch nicht? Weißt du denn mal auch nicht? Das Skilex, Alter. Skilex. Oh, nee, komm! Boah, Ton. Dank, boah. Mich kann man nicht mehr ernst nehmen wollen, ich bin durch, Alter. Ich glaub, wir machen mal ein Päuschen an dieser Stelle. Wollte die Aufnahme machen, Tonni, glaub ich. Ja, komm, wir hatten ja U-Boat-Surfing, eine nicht funktionierte Challenge und noch weggeballert. Und glaub mal ein Päuschen. Was machen wir denn jetzt? Können wir ihn nochmal aufs Kurs an? Nee, mach ich nicht mehr. Benni, was machst du denn? Alter, da gibt's ja hier schon aufm Sack vor. Aber ich fand die Folge trotzdem ganz interessant. Ja, wie gesagt. Aber ich muss mich auf jeden Fall nochmal entschuldigen, also es tut mir wirklich leid, ne, mit dem Flugzeug. Wie gesagt, wenn ich beschweren möchte, PZ, ähm... Ja. Ihr könnt einfach an meinem Postfach da irgendwie schreiben. Ja. Ein Briefform oder... Dennis sagt jetzt gleich noch die Handynummer und dann das Bild. Genau, die Adresse. 1 5 1 3 7 2 8 5 1. Nein, sag das nicht. Weil nachher ist es so, dass da nachher wirklich wer, äh... Da rufen jetzt so viele Leute an. Ja, genau. Hast du die Nummer gerade ausgedacht, oder? Ja. Ja, natürlich. Ich sag nur die, ne? Ja, das heißt, irgendjemand kriegt jetzt Anrufe. Geil. Meinst du, jemand hat diese Nummer jetzt? Ja, klar. Vielleicht freut sich auch einer da drüber. Klar. Sorry, aber wer da jetzt anruft, ne? Wer da anruft, hat einen kleinen Penis. Und kleine Brüste. Ja, das haben wir gedacht. Da. Oh, Dennis. Wäre aber lustig. Schau mal vor, dass... Nein. Das wäre überhaupt nicht lustig. Ne, ich mein, dass da... Meinst du da... Also... Du hast es doch schon mal gemacht. Ja, aber die Nummer war gerade frei erfunden. Das sagst du. Als ob ich... Da ist wahrscheinlich gar nichts dran, aber sowas ist trotzdem gefährlich. Du kennst meine nicht auswendig aus dem Kopf? Ne. Hier gucken ja schon ein paar Leute mit. Ich hab noch nie... Also ich kenn deine auswendige. Ich hab dich auch noch nie angerufen. Der war schon wirklich extrem, muss ich zugeben. Ne, aber... Oh, Patrick Weint. Man muss schon sagen, wenn man so... Also ich kann das ja aus eigener Erfahrung sagen. Wenn man so die Nummer... Wenn die Nummer bekannt wird, ne? Oder wenn man eine Nummer irgendwie äußert... Deine Nummer im Internet steht die, da ist sie bekannt. Ne, meine... Ne. Also das war mal... Schreibt mir einen Kommentar. Ich schreib euch die vom Dennis. Das war mal so, dass man eine alte... Dass man eine alte Handynummer wirklich kreise... Wegen Whatsapp und so. Ey, jedem der mir einen Daumen hoch gibt, gebe ich die Nummer vom Dennis. Boah, was... Was für ein dreckiger Penner du bist, ey. Mit solchen Leuten überlegst du mir zu tun. Ich hör auf jetzt, tschüss. Och, Mann. Jetzt ist er wieder traurig. Jetzt ist er wieder traurig, der Dennis. Hab dich nicht so, Dennis. Naja, dann verabschieden wir uns an dieser Stelle. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Unverschämtheit. Und jetzt bin ich gleich traurig und weine bitterlich die ganze Nacht und will nicht mehr leben. Ja, so ist es mir halt. Ich bin ganz schön traurig. Tschüss Freunde, bis dahin.